Was ist dein Lieblingsessen? Tortellini. Wie würdest du gerne sterben? Überdosis Tortellini. Okay, was war dein miesester Spruch, um am nächsten Morgen jemandem wieder loszuwerden? Ich bin mit meiner Frau zum Frühstück verabredet. Du hast da ein bisschen Soße im... Wo? So irgendwie überall. Hey Mann, ich dachte, es wäre vielleicht ganz nett, wenn ich bei dem Date den DJ mache. Wie lautet unsere Regel? Nur weil ich euch durch die Wand hören kann, heißt das nicht, dass ich auch mitmachen darf. Genau. Ich bin in sechs Wochen weg. Heißt also... Es ist locker. Kein frei und locker. Sechs Wochen zu kurz. Ich dich möge. Aaron! Ich bin hier und du bist da und wir führen eine Fernbeziehung, weil ich verrückt nach dir bin. Ich bin auch verrückt nach dir. Soll ich dich drücken? Okay. Komm her, mein Freund, wo ist es gut? Warum sind deine Augen zu? Sind deine nicht zu? Nein. Ist Aaron bitte zu sprechen? Ich vermisse dich jetzt schon. Was machst du gerade? Nichts. Was machst du gerade? Nichts. Ihr müsst klar abstecken, wie eure Beziehung laufen soll. Darfst du dich mit anderen treffen? Ich meine, er könnte gerade dabei sein, Kuschelpartys in New York abzugrasen. Das ist ja skandalös. Kuschelpartys sind nicht witzig. Ich hab meine Freundin lang nicht mehr gesehen und ich dreh langsam durch. Telefonsex. Und zwar jede Menge. Ich sitze auf dir. Ich bin oben. Wie kannst du da auf mir sitzen? Sind wir nicht in deinem Auto? Nein, wir sind im Flugzeug. Es funktioniert einfach nicht. Ich fand das mit dem Flugzeug gut. Im Auto macht's doch jeder. Mit Fernbeziehung hab ich Erfahrung. Wo bist du? Hä? Und das ist heftig. Bitte sag, dass du mir vertraust. Du weißt, wie sehr ich meine Schwester liebe. Also brich ihr nicht das Herz. Ich würd gern rüberkommen und dich sehen. Willst du nicht was gegen deine fleckige, weiße Haut unternehmen? Bräunungsvorgang aktiviert. Ah! Schmeckt eklig! Schmeckt wie Gift! Oh! Phil! Die waren so schnell hier drin, ich wusste nicht, wo ich hin soll. Das Kartoffelpüree ist einfach fantastisch. Mmmh! Brothers! kindness schmeckt! Untertitelung des ZDF, 2020